Mein Ostviertel. Es ist bunt und laut. Manchmal ist es zu laut. Es ist lebendig und bewegt. Manchmal rumpelt es. Es ist solidarisch und individuell. Manchmal ist es zurückgezogen. Mein Ostviertel ist meine Heimat. Hier lebe ich mit meiner Familie. Hier setze ich mich ein. Als starke Stimme. Als Netzwerkerin. Als Ansprechpartnerin. Als Bindeglied ins Rathaus. Für das Viertel. Für die Menschen. Mein Name ist Daniela Parting. Ich bin Ratsfrau für unser Viertel. Für alle.